Ich chill mit Ganji und du nur mit Junkies. Es wurde mal wieder Zeit, über Talahun Mädchen aufzuklären. Deswegen anschnallen, weil jetzt wird es wild. Ich chill mit Ganji und du nur mit Junkies. Im letzten Kampf kam die Ali. Meine Gegner sind in Panik. Ähm, das Ende kam nicht von mir, aber sollte gleichgültig sein, für was das nächste Video Werbung macht. Oder? Ob das jetzt ein Mädchen oder Junge, wer weiß. Er sicher nicht mal selber. Also ab jetzt lieber hungern, als einkaufen gehen und damit haut rein.